Herzlich Willkommen in der neuen Folge von Dead by Dela. Diesmal sehen wir uns das war jetzt und zwar Charlie ist da. Hi. Hallo. Und dieses Mal ist Billy. Und ich spiele mit mir, weil ich ein tägliches Ratswahl abschließen muss. Der Rabe hat mich gerade erschrocken. Hey. Nein. Ist das dein Ernst? Ich hatte es vorhin, ja. Ich hatte vorhin das Problem. Und zwar, weil ich jetzt, also ich habe das Kinder geschrieben. Und da hatte ich eine Frage gefunden und das war ein Twitch Streamer und dann habe ich volle Kanne umgehauen. Da hatte keiner entkommen. Ja. Und was macht denn? Disconnected. Er ist dann. Oh. Langsam durchatmen. Oh. Dann wird vielleicht alles wieder gut. Vielleicht. Haha. Nicht getroffen geb Mari gore. Wirst du Corcos gesoffen. Au. ich hätte nicht so aufreißen sollen ich muss vom killer verfolgt werden du hängst aber jetzt kannst du egal ich helfe dir dann heil mich schnell da kommt bestimmt wieder zurück ja da ist er schon das ist hätte ich noch ein rundchen rum fahren müssen ich habe doch im flug es ist mit dir falsch ja zum glück habe ich hier mitgenommen ich habe es irgendwie geahnt dass endlich kommt meinst du irgendwie muss ich jetzt beantworten nein ich habe eh gedrückt ich mach mal heilen 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 guck mal den vorgewerbten haken jetzt mal blutverwandt blutbrudern blutschweißt dann so hkappen abend oSPINSTUNDERSCH jetzt hört doch mal auf bis einer weint ja dann müsste ich mir wieder mal angucken hast Du eh schon mal gesehen willst Du mich heilen ? natürlich Herzlichsten dank wir sollten hier weg wir sollten hier ganz schneller weg ich gehe sie holen ja ich bin verfolgt ich bin verfolgt ich bin verflucht da hat ein kleiner eierkopf du verschobenes gesicht du verschoben das gesicht du es gibt sicherlich klar doch ja na findest kein haken das musst du dann eigentlich schon wieder nicht schon wieder ein kollege wird schreien naja fünf minuten und schon das zweite war gehangen die karte ernsthaft herzlichen glücker und zum geld bortstag ich dachte ich habe einen gen gehört der fast fertig ist es hat sich das war so schöne musik in meinen ohren hat dann gleich disconnected so dass gerade beschäftigt hast du noch der medikett ne du hast es verloren echt ne ich hab's noch ich hab's noch ich hab's mir nur in die hosentasche gesteckt ach so ja mach ich auch immer auch das ist jetzt echt doof ne ich finde es gar nicht gut ich glaube kommt lange fahren lauf schwester ich kann dich nicht hier heilen du musst weglaufen ich bin nämlich kein sanitäter ich tue nur so guckst du nicht rein das wäre echt gemein aha jetzt fängst du schon an zu reimen er hat überladen oder sowas ja aber ich schaff die weil die sind recht einfach weil der wieder kommt jetzt in zeit ist echt langsam ja da guckte ich in schrank ooo mein glückstag ja bei mir auch gerade er kommen wieder zurück in den schranken boah leute ja auch mal glück kommt hallo kaffee kränzchen und kuchen hätte gern ein paar gt okay er hat mich gesehen man schlägt keine frau du grob jahren ich will gott sagen hey frau aber dann ist mir ungefähr eine spezielle weiblichen character ja und hier ist eine palette ja ich habe gedrückt verdammt ich habe lehrt hast du gedrückt und er hat sich genommen aber einfach ich habe leider keine taschenlampe und ich kann leider keine zwischen unter bedienen ich auch nicht so bin leider etwas zu dumm dafür vielleicht habe ich vielleicht haben wir es ja geschafft vielleicht auch nicht dann tut mir leid ich habe ganze neun minuten durchgehalten hier ja und ich bin voll reingerannt meister hat sie gefunden natürlich die ziehen nicht wirklich weit auseinander nicht wirklich oh ich drück dir die daumen aus schnell in den schrank hoch und raus bist du scheiße fahrschrank steig weg hoch schaffst es Sein Schrank Komm schon Oh mein Gott Warte, ich hoffe, der geht gleich weg Aber wenn er jetzt hier kämpft Oh n-ja, nein, nein, nein Alter Alter Ich glaube, der... Ich könnte zum anderen angerannt sein Chinese LOL Das ist doch scheiße Ah, egal Ich mach es jetzt einfach Nee, tu es nicht ich hätte keine chance mehr gehabt hat gemerkt dass du da bist dann ja ich das licht angeht aber der hat nur was gegen frauen du wirst jetzt haben wir vom ende zu getötet ja leute ich hatte es ebenso denn ich hasse diese jamaoka familie hier ich bin die pflanzen bist du alleine ja ich bin hier bei den anderen beiden oder bestimmt durch die trennung dann werden wir nicht alle zusammen hä wieso bin ich dann alleine das ist voll unfair ich war aufgeschoppt diskonnect was nein 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 ernsthaft haha 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 ciao billy danke für deinen besuch du kriegst die kratzer die weine als gratifikation dann später was ist denn los warum dies connect wollte mich verorschen hier guck mal da hängt wieder wer ich hole sie raus ich hole sie raus lol er geht ins haus ja wo sie wie soll ich denn jetzt gerne machen tut es jetzt 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 ganz schnell ganz schnell ganz schnell lauf er verfolgt sofort die verletzte du bist ein scheiß slugger du bist ein schlugger ich bin hier clever gelaufen er läuft nach rechts er guckt mal um er guckt er guckt er guckt geht weg die andere ist auf dem weg achto wer ist denn das bist du links von mir ich bin die die gerade tippe oh ja ich weiß nicht alles gut braucht mich scheinen unbedingt okay hätte ich jetzt auch nicht vorgehabt und mir denkt oh hier ist ein hau hier ist ein guck mal das an der fang wurde verletzt und sie ist auch noch diese fang ach das ist ja das ist der da wo ich gerade verkackt habe soll ich mich wieder zu dir setzen aber das weißt du nicht das muss man überlegen ich bin ich mir verarschen kam auch nicht mehr verfolgt werden du blöder du hast du verletzt ja ja ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich dieses hart im nehmen mit weißt du dann braucht das das ist eigentlich sinnvoll aber ich hatte das wenn ich das nicht hinkriege diese verfolgen in die kille mal schlauer sind als ich achtung ich bin auch noch da ja das nicht mehr da ja was denn er ist weggelaufen hat er angst um ja man schreien furchteinflößenden schreien ich höre auch nicht ich halt noch durch ich muss es riskieren einfach weglaufen wieso tötet sie sich einfach es stinkt doch fäng du bist doof nichts gegen dich fäng aber nein das fand ich jetzt echt nicht okay bist du hier noch irgendwo ne der ist hier unten ja ok dann bin ich hier nicht ich bin ein stein hey der kann mich nicht schön erstellen willst mich wirklich erzählen dass mich dann nicht gehört hat ne der ging gerade weg krass der ist auch einfach an mir vorbeigerang der hat keine lust mehr er hat mich nicht gesehen wo kommt er denn da bist du keine ahnung bei mir was mache ich denn hier kommen sie zu mir eigentlich wollte ich es nicht tun er verfolgt dann einfach immer nur so lange ich bin tapfer zeitpunkte so tapfer bin ich besser waren sind auch nee der hat das geplant der sack um ich hab's kaputt gemacht wo bist du denn unterwegs ich krieg ein krampf im zeh du läufst davon ich krieg ein krampf im zeh und du hängst das erste mal oder ja also ich gehe davon aus dass der killer weiß dass er drüben drin ist ist die luke wo ist der krabbelt mich an komisch aus komisch bewegt sich nur die pflanze auf einmal bist du da hallo und dankeschön das problem ist mit zu zweit jetzt so die zwei james das wird echt schön das gefällt mir nicht was soll er verfolgt nicht ich möchte mich nicht beschweren da hat du kleiner schlingel und in kylle hat mich verloren hat er bei mir auch gemacht ja das passiert hat wenn man nicht aufpassen im hohen gebüsch wünsche uns glück dass sie sinken die tranierten schüler millimeter ja schlüpflied glück 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 bett damit der werkselkiste versuchen sie aufzubrechen aber es ist ja nicht das ist leider ein medikett gewesen sehr sinnvoll ja du kleiner macker ja so dumm bin ich nicht ich mach den gen weiter versuchen solange es gibt seiten nein hier ist ein endstation fack schieße ich hab den stein nicht gesehen ich hab den gen gerade verkehrt kurz das beschäftigt mit mir kacke dumm 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 scheiß ich habe keine paletten mehr hinter den jamaoka haus ist noch so noch ein paar paletten gewesen glaube ich ich habe den gen gleich nein das ist so das ist so unfair du glaubst du kannst zuschlaufen und dann ist wieder was im weg aber dachte er gerade auch da habe ich glaube da hat die luke gesehen leute ich habe ein bestes gegeben also ich habe jetzt fast über 2000 punkte gekriegt für sie verfolgt werde ich habe den herzschlag nur gehört und die musik kam schon nicht so gut na gut das war es erstmal wieder für diese folge ich hoffe es euch gefallen ja wenn es euch gefallen hat dann lasst einen gerne daumen nach oben da vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren natürlich das ganze kostenlos ich unterstütze mich damit und verpasst dann auch keine zusätzlichen videos keine weiteren videos zusätzliche videos ja wie auch immer ich wünsche noch einen schönen tag morgen mittag abend wir kommen und bis zum nächsten mal tschüss tschüss